So, willkommen zurück zu The Universum. Ja, wie sieht's aus? Bevölkerungszahl geht langsam wieder aufwärts. Hier, das Feuer ist immer noch verpackt. Habe ich schon das Gebäude weggerissen, aber das Feuer verschwindet nicht. Regenwolken drüber gemacht. Alles probiert. Und die Leute sollten Kinder sein. Die wollen natürlich eine Schule, um was zu lernen. Aber ich bin einfach nicht imstande dazu. Universität, da tut sich auch schon lange nichts mehr. Da werde ich mal ein bisschen Pause machen bei den Universitäten. Ah, schlechtes Wasser. Ich werde verrückt. Du fliegst raus. Jawohl. Du wirst geheilt. Und du. Und ihr. Und du. Und du. Ach, das ist einfach nur scheiße. Und du. 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 mehr essen für die bürger so mit kindern hätten wir jetzt wieder über 300 nuggets bei den ingenieurshütten sieht es natürlich auch massiv scheiße aus da haben wir ja wirklich überhaupt nichts mehr getan da 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 tralala zack 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 310 nuggets leben unter meiner kontrolle kloncenter jetzt guck ich mal ich hätte gern morris da da es bringt nichts wir haben sehr viele sehr viele kinder tut nichts ein prozent mammati schule ist fertig zeigt mir da bitte ein einfacher lehrer rein mammati bauernhof himbeeren ja 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 unser strom läuft langsam wieder leer werfen wir da wieder ein paar blitz die 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 dam dam die dam die dam wo waren meine windmühlen da sind ein paar hier bin ich doch völlig falsch da hier batterie so fast 350 bevölkerung wieder universität wo bist du mama die war vorhin auf ein prozent jetzt finde ich sie nicht mehr hier vielleicht ja geht sich ausruhen mist 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 taverne mist 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 der strom der geht uns wieder aus die nahrung sieht ganz schrecklich aus bildung wird bei uns klein geschrieben ich muss wohl gleich wieder ein paar blitze werfen das geht immer auf und ab auf und ab mist mist scheiße aber auch da ti ra la 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 jetzt packfeuer ups den habe ich erschreckt entschuldigung kleiner mann so der wind geht glücklicherweise auch wieder ich brauche keine rohnnahrung ich brauche fertige oder einen arzt arzt nehmen wir natürlich auch lalalalala bitte überlebt das meine kleinen nuggets nugget hier und nugget da tralali und tralala tut nichts ich nehme euch raus da reinkommen hier ist voll da Die machen tatsächlich einen Streik. Dort raus hier, ja. Und stattdessen kommst du rein, du rein. Ein Tuch rein. Ihr seid zumindest schon mal ausgebildet. Eieieiei. Okay, ich kann sagen, wir haben knapp 400 Nuggets wieder. 400 Nuggets. Hieß das nicht? Wunderbar. So. Bildung. Ein klein wenig. So. Bequem über 400. 415 oder... 411. 411. Was machen wir mit den Universitäten? Wir bringen halt nichts. Nullkomman nichts. Nullkomman nichts. Nullkomman nichts. Nullkomman nichts. Ah Öl haben wir, Nahrung fehlt. Und das entfernen, ja. So, und jetzt sollten langsam wieder ein paar Kinder fertig werden mit der Schule. Da, 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 bevor die nächsten sterben, des Sterbenswillens sterben die Leute. Da, ttham, da, 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 da. Du versuchst auch erst mal nichts. Ein Arzt, ähm, machen wir mal lieber Immun. Da, da, da. BAM BAM! BAM BAM BAM! RI RE RE POM POM DE L shaft Pum, pum, pum. Krankenhäuser sind was Feines. Oder etwa nicht? Doch. Da sind sie. Universität. So, 425 erwachsene Nuggets. Das sollte ich eigentlich direkt mal abspeichern. Oh, hier will noch jemand handeln. Nahrung. Ähm. 66 gegen. 55. Scheiße, warum haben wir... Egal. Egal. Rohnahrung haben wir. Da soll's nicht mangeln. Bei ein Bürger Experte. Ach ja, ich wollte die Folge beenden. Dann sag ich mal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Egal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020